äh wir gehen mal den mittelweg da ist nix ah truhe äh i found some truhe treasure treasure ist truhe egal ein stern wie ein stern scheiße es liegt immer im kopf von menschen sterne aufsammeln was soll man hier schönes ein schlüssel ratet mal wofür ich weiß es doch man gibt es hier noch irgendwo irgendwas nicht geht es nur zurück alle ganz viele mäuse urplötzlich ne herz da ist eine tür ist da hinten noch was ne gut wollen wir mal durch die tür schreiten oh mein fucking gott wo kommst du so plötzlich her die sind so nerven diese scheiß skelette ich hasse diese dinge na komm danke aber können links rechts schlag kombination später können wir noch viel krassere schlag kombinationen das wird später noch total witzig glaubt mir das spiel das hat das ist so geiles spiel verschiebbarer klotz sieht schwer aus passt auf euren rücken auf ach komm schieb wer sein feuer liebt der schiebt oder so irgendwie tada so wir machen mal alle kaputt hier vielleicht bringt es ja was so noch mehr schieberätsel bist du ganz sind du bist ganz hinten okay und du noch kommt wie großer raum ganz großer freier raum mit topf und das war es Oh nein, die Tür geht zu. Und ganz viele Gegner erscheinen. Oh nein, drei von denen. Ihr wollt mich doch, ihr wollt mich doch, ne? Also ihr wollt mich so richtig, glaube ich. Haha, Doppelhip. Na? Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Neue Truhe. Was gibst du mir denn? HD Interface. Leben wohl, reizende Pixel. Willkommen, Anti-Aliasing. Das ist so geil. Aber hier nicht. Bloß hier im Interface. Also oben rechts sieht man jetzt die Herze. Oder hier die Schrift ist jetzt nicht mehr pixelig. Die Schrift ist jetzt so voll klar und so. Im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Lasst mich zumindest eure Wunden heilen. Ah, dankeschön. So. Oh nein. Ach so. Genau. Loch. Ein toller Ort, um unsichtbare Monster loszuwerden. Unsichtbare. Okay. So. Kennt man ja das Spiel aus Zelda. Einfach das ins Loch stoppen. So. Und wir können weiter unseres Weges. Links oder rechts? Eins davon ist eine bewertete Wand. Okay, wir machen rechts. Weil ich habe beim ersten Spiel links genommen. Aber es ist wohl beides falsch. Kann ich mir so vorstellen. Also ich glaube mal, dass ich beim ersten Spiel links genommen hatte. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ist ja auch egal. Ach, hier ist ein Schalter noch. Den muss ich noch drücken. Okay. Wirbelwind. Ein sanfter Wind wird euch zur nächsten Falle führen. Ja, ist ja lieb. Und durch. Eins. Zwei. Drei. Und durch. Eins. Zwei. Drei. Und durch. Oh nein. Das sind zwei. Na toll. Ich renne mitten rein. Nein. Kommt her. Oh, ich hasse euch so sehr. Na komm. Na. Ja klar. So, aber einen habe ich. Beide habe ich. So. Geht doch. Hup. Äh. Lichträtsel. Echte Abenteurer müssen stark und schlau sein. Okay. Ein schwieriges, schwieriges Rätsel. Das man auch bestimmt nicht aus Zelda kennt. Oder aus anderen Spielen. Aber irgendwie ist alles schon mal ein Zelda gewesen. Vieles ist mit Zelda zu vergleichen. Zelda Final Fantasy und sowas ist am meisten, glaube ich, die Anspielung. So. Wir haben, glaube ich, keinen Schlüssel, oder? Na. 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 Oh nein. 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 Stacheln im Boden. Oh. Und Wirbelwinde. So. Gib mir den Schlüssel. Ich habe ihn mir verdient. So. Die Wirbeldinger bringen uns nicht zurück, ohne dass sie Schaden nehmen. Ne. So. Da geht's rein. So. Dankeschön. Und hier können wir safen. Dann machen wir doch mal glatt so. Und wir haben Lava. Die hier verwandelt sich in keinen Obsidian. Das verstehe ich nicht. Das ist auch irgendeine Anspielung. Schreibt es mir in die Kommentare, was das für eine Anspielung war. So. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Pass auf, wo ihr hintretet. Ja. Das sind die nervensten Räume in dem ganzen Spiel. Das gibt es noch so ein, zweimal. Ja. Das ist so nerven. Man muss es so langsam vorpirschen. Und man darf halt nicht ins Feuer. Versteht sich. Also in die Lava fallen. Das ist total blöd. Ich hasse den Raum. So. Gepackt. Automatisch Feuern. Gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Gab es da links noch irgendwas? Moment. Ich würde gerne mal abchecken, ob es da links noch was gab. Nö. Anscheinend nicht. Ja. Was für ein Timing braucht man hier. Ich meine, man kann ja auch einfach stehen bleiben. So. Das ist voll fies. Ich glaube, hier gibt es glaube ich... Nein. War das nicht hier? Hier war es. Zack. Da bin ich beim ersten Mal glaube ich sogar reingefallen. Das ist voll fies. Oh nein. Mal wieder ein Raum, der verschlossen ist und ganz viele Gegner kommen. Wir machen erstmal die weg. Alter. Ich bin aber... Ich bin aber gut unterwegs gerade. Ich hasse diese Fieser. Ich wollte mal probieren, ob ich das Feuer zurückschlagen kann. Geht aber anscheinend nicht. So. So. Pupp. Zap. Na komm. So. Huh. Das waren viele Gegner. Aber ich glaube, ich habe mir jetzt irgendwie was verdient. Oder? Nichts verdient? Ne. Nicht so euer Ding. Ah. Hier ist eine Truhe. Boss-Schlüssel. Seid ihr zum Kampf bereit? Of course. I am. So. Herz. Ähm. Noch ein Herz wäre es... Ja. Cool. So. Voll aufgefüllt. Alles ist cool. Wir haben den Boss-Schlüssel. Das heißt, wir können jetzt zum Boss. Und wie schön, wie schön, wir sind wieder im Anfangsbereich. Und hier können wir uns noch was holen. Schön. Stern. Stern. So. Ähm. Gab es hier... Ne. Mehr gab es hier, glaube ich, erstmal nicht. Oh. Wir haben den Boss-Raum geöffnet. Und da kann man wieder eine Bombe legen. Hier gibt es noch Herzen. Aber jetzt gibt es hier einen Boss-Fight. Die Macht des Bösen. Vor uns ist stark. Hoffentlich ist es noch... Äh. Ist es nicht noch ein furchtbares Monster. Vielleicht ist es diesmal ja niedlich. Ja, ne. Ist klar. Niedliche Boss-Gegner. Kennt man ja. Da kommt etwas. Hier kommt ihr nicht vorbei. Oh nein. Hey. Das sieht aus wie ihr klingt. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Was auch immer es sein mag. Wir haben keine andere Wahl, als es zu bekämpfen. Ja, klar. Unser böser Schattenkrieger. Ich meine, das gab es ja auch noch in keinem anderen Spiel. Verdammt. Jetzt komm. Zack. Ich stelle mich gerade saublöd dran. Ich hoffe, ich verkack es jetzt nicht. Zack. Ja, ich weiß ja glücklicherweise, wie der funktioniert. Okay. Energie ist immer gut. Ja, Federmäuys sind eigentlich gut, wenn man nicht Schaden nimmt bei denen. Weil, da kann man sich ein bisschen Herze auffüllen. Scheiße, man. Ich spiele auch gerade Kramurks. Ja, geht doch. Komm, renn doch nochmal öfters gegen eine Wand. Dankeschön. Macht doch Spaß, gegen eine Wand zu rennen, oder nicht? Gut, und noch einen Hitbraucher. Nur noch einen. Komm, renn, gegen die Wand. Ja. Ja, I did it. Er ist zerstört. Er ist zerstört. Geil. So, ihr noch weg. So, ich kann schon ein bisschen Energie mehr holen von euch. Komm her. Sehr cool. Sehr cool. So, sonst gibt es hier, glaube ich, nix. Außer ne Truhe. Ne Truhe mit... Mit... Legendäres Schwert. Sieht schwer aus, aber dafür sehr, sehr cool und so. Erinnert es euch an einen alten Helden? Ach, Quatsch. Noch nie gesehen, das Schwert. Ähm... Ich spüre frische Luft von draußen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Noria-Mine erreicht. Schnell zu meinem Dorf, um dich, es ist nicht zu spät. Okay. Let's go. Was haben wir hier? 3D-Kämpfe. Halte durch, bis die vierte Dimensionen eintrifft. Ja. Das wäre cool. Oh, sieht's nicht episch aus? That's epicness. Oh, geil, hä? Paff! Sie ist so stark. Paff! Ähm... Wie wär's, wenn du uns einfach mal heilst? Und dann mache ich den Pilzkopf platt. Dieser Goomba. Sieht aus wie ein Goomba, ganz ehrlich. Oh, guck mal, wir haben sogar ein geiles Ending-Bild-Dingens-Gedöns. Ah, ist das Spiel schön. Ich mag das Spiel. Habst du schon mal erwähnt, dass wir das Spiel geil finden? So. Pau. 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 Pau, Pau, Pau. T-B-Y-A-U-Y-B-Y-A. So, heile uns, Typirin. Stufe 5. Angriffswert und für sie Verteidigungswert erhöht. Okay, check this up. So, da vorne ist es doch. Nein. Naja, ist nur einer. Der ist ja schnell weg. Wir haben die Gegner zu 80% den Erstangriff. Naja, egal. Da ist es, da ist es. Da wollen wir hin. Vorgeränderte Hintergründe freigeschaltet. Eine neue, viel detailliertere Art der Darstellung. Okay. Sau cool. Kennt man ja. Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? So, erstmal speichern. Was hast du zu sagen? Willkommenen Aogai. Oh, Aogai. Oh, da sind Namen. Unser Dorf stand einstmals in voller Blüte. Und jetzt schaut es euch bloß an. Der Mahnerbaum schützte einst das ganze Land. Doch jetzt ist etwas Mächtiges zur schwarzen Citadelle zurückgekehrt. Und hat den Mahnerbaum befallen, um die Ödnis zu verbreiten. Ich fürchte, bald wird ganz Aogai verschwunden sein. Und damit ist es nicht zu Ende. Was? Was labst du? Gut, ich würde sagen, wir machen hier mal einen Cut für heute. Und ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Das Spiel ist wunderschön. Kauft euch das alle bei Steam für 10 Euro, weil es einfach geil ist. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht, mit Evoland. Macht's gut. Bis dahin. Und Peace. Peace.